Hier Helsinki, da draußen ist Bewegung, Spezialeinheiten der Bodentruppe, sie kommen mit allem was sie haben, 1090 Raketenwärter, Granatwärter, Maschinengewehre, Jagd- und Repetiergewehre, sie steigen in zwei Ivekos, sie greifen jetzt an. Bogota, hier Lissabon, bringt sofort Garnia rauf. Aber dann sagt er denen doch, dass wir gerade den Geiseln hinterherrennen. Wenn ihr es nicht tut, rennen sie hier rein. Die Geiseln haben das Arsenal besetzt, wir haben keine Waffen. Kündchen! Wem ist dieses Kind? Ich kapier gar nichts. Halt den Mund oder ich stopf ihn dir zu. Komm her! Euch gesichert, alles frei. Fertig machen zum Einsatz. Verstanden, Koronell. Grünes Licht, fertig zum Angriff. Na los! Fertig. Komm. Was? Der Bastard! Arturito! Laufst du an die Wiedergeburt? Falls nicht, dann solltest du lieber verhandeln! Wie lange kannst du die Luft anhalten? So lange wie ich brauche, um deiner scheißen Mutter in ihren fetten Arsch zu fecken. Mal sehen, ob das reicht. Die Türen werden geöffnet. Mal sehen, ob dich das umhaut, Schäpp. Die Geiseln! Die Geiseln! Was würde ich das denn? Die Geiseln sind... Geiseln! Einsatz sofort! Die Geiseln! Die Geiseln! Die Geiseln!